Was ist dein Lieblingsfilm? Ich schaue sehr gerne Filme, aber da gibt es viele. Es gibt so viele gute, könnte ich mich nicht feststellen. Was ist dein letzter Film gewesen im Kino? Once Upon a Time, Quentin Tarantino. Rocky. Warum? Ich freue mich einfach die ganzen Filme. Alle schon mehrfach gesehen? Alle mehrfach gesehen, alle auf DVD und die neuen Creed Filme auch. Was ist die beste Szene für dich beim Rocky? Der Kampf gegen Ivan Drago, der gefällt mir am besten. Blow ist ein ganz guter Film, mit Johnny Depp. Blow, ja. Inception-Film finde ich so cool, weil ich finde, das Thema war überragend. Ja, überragend. Ich habe das Film vier, fünf Mal gesehen. Ich verstehe das wieder nicht, aber es ist ein unglaublicher Film. Lieblingsfilm? The Untouchable. Ich war ein Fan vom ersten Mal. Ich habe schon drei, vier, vier, sechs Mal das angeschaut. Ich finde den Film super und das wird sozusagen mein Lieblingsfilm. Gladiator ist ein toller Film. Die klassische Heldengeschichte. Damit kriegt man mich schon. Ich habe letztlich auch ein paar gute Filme gesehen. Ja, ich würde sagen, Gladiator ist da oben dabei. Ähm, ich habe keinen Lieblingsfilm. Ich mag lustige Filme, mag ich gerne. Ähm, Star Wars mag ich gerne. Ich bin ein Tatort-Fan. Unglaublich ist aber eigentlich auch eine Serie. Kann man jetzt nicht von einem Film reden. Der München-Tatort, der hat es mir schon sehr angetan. Wolf of Wall Street. Warum genau der? Weil der ist auch nach dem dritten oder vierten Mal anschauen einfach immer noch unterhaltsam. Und ja, Leonardo DiCaprio macht natürlich auch eine gute Figur und schaut mir einfach gerne an.